Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Need for Speed Underground 2. Wir nähern uns langsam den URLs. Wir machen alle anderen Rennen jetzt, haben die große Karte hinter uns mit den Rundkursen, die ja einiges an Fluchs gekostet haben. Ja, jetzt sind wir da dran. Street X hat noch ein paar Rennen vor sich. Wir wirften noch eins und Dragrennen halt, die am Flughafen sein werden, die warten auch noch auf uns. Und dann haben wir noch die Spezial-Defense, das heißt also die URLs sind nicht direkt als erstes dran. Wir müssen nämlich unser Auto ein bisschen aufstylen, ja, wir müssen ja die neueste Sternenzahl schaffen. Und das wird ein bisschen schwieriger sein. Ich bin der zweiten, guck mal, wie schnell geht das bitte? Ich bin immer noch nicht erster. Ich komme auch langsam, richtig langsam nach vorne. Das fängt nämlich ein bisschen ab. Ich habe mein Auto aufgewertet, wir haben ja Fahrwerk ECU bekommen. Aber so rund läuft es noch nicht. So. Das ist die vorletzte Runde und ich komme einfach nicht voran. Ja, aber am ersten Letzten, aber am ersten. Echt ein bisschen kacke. Und verkackt. Damit kann man das ganze Rennen nochmal neu machen. Yay! Ja! Gott. Warum hast du mich? Ich hasse es, wenn sie mir ein Wichs. Guck mal. Also bitte. Rausgeekelt aus der Ecke. Jetzt läuft es besser. Jetzt haben wir mal... Müssen wir nicht hinterher fahren. Das ist gut. Läuft doch jetzt. Jetzt läuft es, aber wirklich. Sauber. Diese Tonne muss man in irgendeiner ersten Runde mitnehmen. Das behindert zwar einen, aber... Oh, perfekt genommen. Oh, das ist ja orgasmisch, wie ich gerade fahre. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Burner. Robert. Oh man, ich kann es mich nicht die Geistes machen. So, Jungs und Mädels. Das war's. Boah! Schreck! Lass! Na! 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 Scheißen, Dreck, ey. Nur 200. Dafür, dass ich so überzeugend gefahren bin. Echt wenig. Echt, echt wenig. Aber okay. Was haben wir denn noch? Dreck. Drift. Und ja, wir müssen nur noch nach unten. So, warte mal. Wir fahren jetzt mal zum Drift-Event. Die Drifts werden auch immer beschissener. Die werden immer schwieriger. Die fordern immer mehr. Und haben immer so einen Wichser dabei, der einfach alles abrockt. Nämlich mich. Ha! Nein. Natürlich nicht. That's not me. Oh, ich kann das nicht. Oh, ich kann das nicht. So. Oh, ich kann das nicht. Was ist das hier? Da krieg ich nichts gebacken. Zwei Runden. Wenn's vier sind, werd ich ausrasten. Alter Falter. Zwei. Irgendwann kommt der Tag, da werd ich vier drauf fahren müssen. Eigentlich müsstest du dich fahren lassen. Die werden mich jetzt nur behindern. Guck mal, wie die schon 2.000 haben. Wie geht das? Wie hat der 13.000? Was zum Teufel? Was? Wie hat der 13... Wie hat der jetzt 19.000 bekommen? Wie geht das? Das ist nicht möglich. Das ist Cheating. Alter Falter. Das ist verarschend. Aber sowas von. Das kannst du niemandem erzählen. Oh, hat der Dustin bitte ausgepackt? Leck mich am Arsch. Leck mich fett. Was mir auch in den letzten Tagen ein bisschen aufgefallen ist, und mich ein bisschen böse aufgestoßen hat, dass meine Aufrufe für die ganz gut laufenden Projekte... Star Wars Battle 2 und Need for Speed Underground, die Aufrufe tierisch gesenkt worden sind. Ihr guckt das weniger, Leute. Das ärgert mich ein bisschen. Ich meine, ich mach ja nix... Ich mach ja nix anderes. Also nix anders als vorher. Und dann ist aber noch voll der Einbruch. Ich hatte nach einer Woche, wenn ich ein Sausmittel von 2 Part hoch hatte, so gut um die 100 bis 200 Aufrufe. Jetzt hab ich gerade noch 40. Das fand ich echt krass. Vor allem, da hab ich ja Nifus in Erdogan 2 und GTA Vice City wegen meiner tollen Internetleitung fast vier Stunden hochladen lassen. Ach komm schon! Ich hab für weniger schon mal die Nahepunkte abbekommen... abbekommen worden, ey. Ich muss halt echt ein bisschen gut raushauen, weil sonst hat der mich jetzt hier gleich. Der hat mich gleich wirklich. Ich hab grad nichts gebacken und der überholt mich jetzt direkt, ne? Der hat mich jetzt! Da ist schon das Ziel! Hallo! Scheiße, ey! Der hat mich jetzt! Auf jeden Fall! Alter Falter! Ja, null Punkte zurecht! Ich sag ja, das letzte... Die Düftrennen werden immer assi... Assi-hafter! Ne, äh... Ne, die Aufrufe werden echt ein bisschen weniger, das ärgert mich ein bisschen. fragt mich, woran das liegt. Habt ihr vielleicht Gründe? Bin ich irgendwie schlechter geworden? Ach, ich weiß es nicht. Upsala. Ja, am besten würde ich dich komplett wegdenken, ey. Was machst du da? Mann, ich denkst du, was macht der da? Der ist so sehr ärgert mich, das. Ach, ne. Mir kommt das bekannt vor, das hätte ich ja schon mal gefahren. Naja. Ne, es ist Street-X-Rennen. Und dann ist nur noch Drag übrig. Oh, ich... Oh. Witching and Witching. So ist auch noch... Ich könnte euch freuen, warum ich so besagen kann. So cool, der Name. Jo. Ich fühl so schön aus, ne. Von wegen. Leck mir an der Marsch. Affe fahren ja wie Affen, ne? Das ist unfassbar. Mann, der fährt wie ein Affe, der Kerl. Anstatt mich einfach fahren zu lassen, ne. Was der für ne Scheiße hier macht. Dadurch, diese Scheiße behindert der mich eigentlich nur. Aber sobald ich jetzt irgendwie vorne bin, ver... Na, kack, gar nicht. Dann können die alle perfekt fahren, ne. Ganz plötzlich. Schön. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass dieses Rennen ebenfalls ein Reinfall wird. Boah, kann das wohl nicht. Schon allein, wie ich hier am Hinterherfahren bin. Ich will wieder in der nächsten Kurve hin, dann mischen. Schön außen rum. Ich bin schnell grad gewesen, der leck mich am Arsch. Wenn man ein bisschen freier losfahren kann, dann ist das schon alles ein bisschen einfacher. Also wenn es hier nur um Zeit gehen würde, ne, würde ich das locker schaffen. Aber mit den ganzen drei anderen Affen da, wo ich schrecke, da ist das schon ein bisschen härter. Ups. Gleich ein Fehler nochmal gemacht, das ist eh die letzte Runde. Kann ich eh nicht ausmerzen. Passt schon. So. So. Dann haben wir das nächste Street X-Ren auch geschafft. Sauber. So muss das laufen. Genau so muss das laufen. Jetzt zum nächsten, da sind alle Street X-Ren geschafft. So. So. Da ist ne URL. Geil. Muss ich sofort fahren, aber wir warten noch, bis sich alle gesammelt haben. Wir fahren noch die Spezial-Events zu Ende. Dann haben wir es auch schon. Oh, fuck. Bitte drei Runden. Bitte drei Runden. Aber es werden wieder vier Runden. Das weiß ich jetzt schon. Ah. Ekelhaft. Natürlich vier Runden. Was noch sonst? Guck wie die da ausrasten. So hoch und so. Der Wichser kommt wieder, das weiß ich. Dieses Perverse auch. Mit diesem Lack auf dem blauen Streifen. So richtig so, boah. Tucken-mäßig, ne? So ne richtig Tucken-Karre. Scheiß Kurve. Guck mal, wie kacke diese Kurve ist. Einfach nur. Und wieder ist diese schöne Strecke, wo man nicht sehen kann, wo man langfahren muss. Mann! So, du Kollege, jetzt muss ich anfangen. Deine anderen Beine habe ich schon direkt hinter mir gelassen. Oh, Mann. So. Besser. Besser. Das ist ne scheiß Kurve, ne? Richtig fies. Ich werde jetzt aufs Handy geguckt, weil es vibriert hat. Verdammt. Das kostet mich wieder Zeit. Ah, ich bin so am konzentriert, da kann ich kaum reden heute. Tut mir leid. Ah, man hört meine Nase noch. Ich bin bekloppt. Ich muss das leider jetzt so ein bisschen hinnehmen, dass ich grad nichts sagen kann. Scheiße. Wir haben viel zu lang noch gewesen, aber ging doch. So, jetzt soll's aber. Gut, Nigel de Jong. So. Ex-HSV-Spieler. Guter Mann. Geht jetzt mit dem Arzt in Mailand, glaub ich. So. Wir haben ja schon, äh, Sommertransferperiode. Bestimmt so schnell sind wir gewechselt. Wenn ich das grad aufnehme. Das wäre so üblich, ey. Ja, Leute. Ist der Part auch wieder voll, wa? Jetzt sind Multidrack-Rennen dran und dann sind wir schon durch mit den regulären Rennen. Das gibt's ja fast gar nicht. Unglaublich. Unglaublich aber warm. Wie viele URLs das bitte schon sind. Guckt euch das doch mal an. Ja, ist ja gut. Hier. Naja. Boah, alter. Ach so, ich... Ich hab euch doch was sagen. Naja, egal. Wir sind noch schnell dahin. Ja, und das war's mit diesem Part, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao.